Eine Sine ist ein Mini-Journal, was aus einem einzigen Blatt Papier gestaltet wird, in einer ganz bestimmten Falltechnik. Es gibt ganz viele verschiedene Techniken, wie man aus einem Blatt Papier ein Journal machen kann. Die Sine hat eine Besonderheit, würde ich mal sagen, oder hat ihre ganz eigene Technik. Warum das so ist und wie du das am besten machst, das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Hallo, hallo, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Ja, passend zur Jahreszeit haben wir eine Vampir-Sine, eine Mini-Sine. Und ich habe natürlich auch Vampir-Anhänger. Das ist die Abby. Das ist mein eigenes Design, die habe ich komplett entworfen. Also unter anderem dieses zuckersüße Gesicht habe ich tatsächlich aus einer Modelliermasse gefertigt, mit einem Zahnstocher modelliert und dann wurde daraus dieser Anhänger gemacht. Auch die Flügel und sowas, das habe ich also alles erstmal, den Prototypen, den habe ich aus Scalpy geformt und dann hat unser Hersteller uns diese zuckersüße kleine Pippi daraus gemacht. Auch diese Röckchen hier ist eine Idee von mir. Das ist also ein komplettes Jutta-Whitley-Design. Das gibt es tatsächlich nur bei uns bei Funkelkram. Und ich finde, das ist ein wunderschönes Geschenk, wenn man jemandem mal eben schnell noch eine Kleinigkeit schenken möchte. Jemand für Gothic, Weihnachten, Adventskalender, Nikolaustag, so eine Kleinigkeit. Da sind solche Anhänger immer ganz süß. Und wenn man dann noch so ein Büchlein dazu hat, was man dann individuell so ein bisschen gestaltet, ja, dann ist es doch wirklich eine richtig tolle, runde Sache. Und jetzt zeige ich dir erstmal, wie man diese Sine zusammensetzt. Das ist super einfach. Wir fangen an mit Falten. Also ich habe die hier schon vorgefaltet, dass du dir das mal angucken kannst. Das ist dann so ein Buch zum Durchblättern. Und dann gibt es verschiedene Techniken, wie man das hinterher noch weiter bearbeiten kann. Das schauen wir uns natürlich auch an hier. Erstmal ist gut falten sehr, sehr wichtig. Erstmal die Hälfte. Und es ist wirklich so, je genauer man faltet, je mehr Mühe man sich gibt, umso weniger Ärger hat man hinterher. Da ich, was Falten und Genauigkeit angeht, nicht besonders gut bin, werden wir gleich sehen, was passiert. Oder wie dieser Ärger aussieht, wenn man das nicht gut macht. Ich suche gerade mein Falzbein da. Es gibt doch nichts, was auf einem unaufgeräumten Basteltisch nicht zu finden wäre. Also da ist es wirklich wichtig, gut die Ecken zu falzen. Und vor allen Dingen hier auch, dass man da einigermaßen genau, wenn man die rumdreht, aufeinander liegt. Und dann nochmal zur Hälfte. Einmal gut vorgefaltet, dann lässt sich das Teil gleich besser zusammenfrickeln. So mache ich das dann einmal. Ich falze dann einfach hier nochmal. Sieht ja jetzt schon fast aus wie ein Buch. Das Buch ist nur ziemlich nutzlos, weil man nicht drin blättern kann. Also machen wir den ganzen Rums erstmal wieder auf. So. Und jetzt brauchst du ein Messer, eine Schere, ein Skypell oder irgend sowas. Wo ist mein Fingermesser? Moment. Abgestürzt. Das ist nämlich vorhin runtergefallen vom Tisch und ich war zu faul, das aufzuheben. Das rächt sich. Und jetzt müssen wir hier in der Mitte das Ganze aufschneiden. Dafür verwendet man am besten ein Geodreieck oder irgend sowas, damit man eine schöne gerade Linie beim Schneiden hinbekommt. Und weil wir das ja jetzt schon schön gefaltet haben, können wir das jetzt quasi so schon zusammenklappen. Mal nochmal ein bisschen aus dem Zoom raus, damit man es sieht. Aber du musst jetzt hier mit dem Finger reingehen und musst das einmal hier klappen. Und dann hier genau das Gleiche. Nach außen. Also quasi Ohren machen. Und wenn du das jetzt zusammendrückst, ist dein Buch schon fertig. Nochmal. Okay, war zu schnell. Noch einmal. Ganz einfach. In der Mitte aufgeschnitten. Dann kannst du das hier zusammennehmen und da an den Ohren umklappen. Und fertig ist dein kleines Mini-Journal. Und jetzt kannst du loslegen und dekorieren, wie du willst. Du kannst das offen lassen. Du kannst es zusammenkleben. Du kannst die ganzen Seiten hier komplett zusammenkleben. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich bestimmte Stellen habe, an denen ich das zusammenklebe. Also ich mache das einmal hier zu, weil ich das nutzlos finde, da unten an der Öffnung das aufzuhaben. Hier ist auch immer extra noch ein bisschen Platz, damit man was hinschreiben kann oder einen Spruch drauf oder so. Hier haben wir diesen netten Herren. Ja, das würde ich jetzt zu einer Pocket zusammenkleben. Da würde ich aber, glaube ich, lieber vorher hier oben noch reinstanzen und so eine kleine Eingangstasche machen. Da haben wir ja immer so ein Ding hier. So ein Kreisstanzer. So. Eine stumpfe Kreisstanze. Nicht gut. Alufolie, ne? Man muss ein paar Mal in Alufolie stanzen und dann werden die wieder scharf. So. Muss ich mal wieder machen. Und wahrscheinlich ist es dann auch schlau, hier den Rand gleich schon mal so ein bisschen mit ein bisschen Stempelfarbe. Weil jetzt sieht das hier so neu aus und so. Das passt ja nicht. Also. Okay. Reißen wir es aus und lassen es gleich richtig schlampig aussehen. Auch gut. Das ist das Coole am Junk Journal. Man muss sich gar nicht aufregen über sowas. So. Dann klebe ich das hier kurzerhand zu. Dann habe ich hier eine schöne Tasche zum Einstecken. Für irgendwelche Tags oder Hübschitäten. Ein kleiner Geldschein. Ein Gutschein. Ja. Gerade wenn das ein Geschenk sein soll. Ein kleines. So. Das eignet sich ja sehr. Um hier mal eben so 1000 Euro zu falten und da rein zu stecken. Oder zwei oder drei. Oder fünf Euro. Machen wir es mal realistisch. So. Hier ist es dann ja auch wieder offen. Ja. Also es ist nach unten offen. Das ist auch wieder ein Teil, den ich kurzerhand zusammenklebe. Weil ich das besser finde, wenn das zu ist. Kannst du bei deiner Sehne machen, wie du willst. Und hier hinten haben wir dann ja auch wieder eine Tasche. Okay. Mal gucken. Ich habe doch eigentlich so viele von diesen Kreisstandsern. Gibt es hier irgendwo einen, der funktioniert? Das wäre ja vielleicht mal ganz nett. Ich habe so einen Chaos hier. So. Jetzt. Der ist ein bisschen größer. Dafür schneidet er besser. Und auch da, glaube ich, finde ich es gut, wenn ich auf den Rand ein bisschen Stempelfarbe mache. Und ein bisschen zukleben. Den ganzen Spaß. Und dann hast du jetzt ein richtiges kleines Büchlein. Erstmal schon mal angefangen. Das ist ja so schon mal ganz nett. Wenn du jetzt hier noch ein bisschen mehr reinschreiben möchtest. Stellen wir uns mal vor, du möchtest da jetzt noch ein paar Extraseiten mit reinmachen. Dann könntest du einfach noch mal ein bisschen Papier damit reinbinden. Das ist mir zu dick. Haben wir hier irgendwas Dünnes? Nö. Nehmen wir doch einfach das hier. Das ist so. Postkartengröße. DIN A6. Weil das ist genau, also aufgeklappt hat die Sine Postkartengröße. Das ist DIN A6. Und zusammengeklappt, das ist dann, glaube ich, DIN A7, oder? Sag mal, ich habe da immer ein bisschen Problem mit. Das ist, glaube ich, immer die Hälfte, ist immer 1 A irgendwas weniger. Das war jetzt auch wieder super. Super zum Mitschreiben. Oh Himmel. Ihr habt mich schon verstanden. Also man könnte hier zum Beispiel noch Papier mit reinmachen, wenn man das wollen würde. Könntest du einfach festnähen mit ein, zwei Stichen. Man könnte auch einfach ein Schleifchen drum machen. Du könntest es einkleben. Jetzt mit. So, wir machen. Wir machen es uns mal ganz leicht. Mit Scotchtape. Ein Blatt hier. Mache ich einfach mal. Wir machen die Sine mal ein bisschen dicker. Habe ich so auch noch nicht gemacht. Aber ich weiß, dass es funktioniert. Wir machen jetzt ein experimentelles Tutorial. Scotchtape hat ja den Vorteil, dass es quasi unsichtbar wird. Weil ich immer mit meinen verklebten Dreckfingern da dran bin, hat es dann auch hier immer gleich noch Flecken. Ein Hoch auf ein Junk Journal. Da ist das egal. Bei jedem anderen Buch würde man sich ärgern. Beim Junk Journal versucht man solche Effekte mit Absicht herzustellen. So. Hast du noch ein paar extra Seiten? Könnte man noch was draufschreiben. Ein Gedicht, ein paar extra gute Wünsche. Oder hier könnte man noch mehr Seiten mit reingeben. Ich lasse das jetzt mal so. Ich finde, dass das so reicht. Für einen extra schönen, vielleicht als Geburtstagskarte. Einen besonders schönen Geburtstagsgruß oder sowas. Und weil ich gerne habe, dass Dinge gut halten, würde ich das auch hier noch ein bisschen festkleben und fixieren. So. Und selbstverständlich muss da irgendwo noch ein bisschen schwarze Spitze hin. Ich muss mal wieder rein. Ich muss mal raus. Aus dieser großen Entfernung. Man sieht ja gar nichts. Das macht ja gar keinen Spaß. Ich hatte hier vorhin schwarze Spitze rumfliegen. Ich habe hier immer noch schwarze Spitze rumfliegen. So. Also einmal ein bisschen an den Rand würde ich hier auf jeden Fall kleben. Das ist ja das Coole, dass du die einfach so auseinander zupfen kannst. Und da kommt man mit einem so kleinen Streifen ziemlich weit. Da kannst du ganz schön viel Journal mit dekorieren mit so einem kleinen Stück. Kriegt er jetzt hier. Kriegt ein bisschen schwarze Spitze rum. Ich habe die schlecht gemessen. Ist zu lang. Macht nichts. Für irgendwelche Cluster kann man diese kleinen Furzel immer gut gebrauchen. Von daher einfach abschneiden und in ein Döschen tun. Funktioniert immer. Und auf jeden Fall hier muss auch noch ein bisschen schwarze Spitze drin. Ach ja, und ich hatte natürlich mein Papier vorher in Tee gebadet. Das muss man auch nicht unbedingt machen. Aber ich hatte so allgemeines Tee baden. Und dann habe ich alles, was ich überhaupt an Papieren hier rumliegen hatte, da drin versenkt. Ich habe jetzt einen gigantischen Stapel von Papieren, die ich alle noch bügeln muss. Ich bügel die, weil ich das lieber mag. Ich finde, die legen sich in einem Journal schöner. Aber da gehen natürlich die Meinungen auch auseinander. Kann man machen, muss man nicht. Darf ja zum Glück jeder so machen, wie er will. Hierfür würden wir dann jetzt hübsche kleine Karten gestalten, die man dann noch reinstecken kann. Hier vorne drauf gefällt mir das noch nicht. Wie machen wir diese Sehne zu? Einfach mit einer Spitze oder irgendwas Besonderem. Ich glaube, wenn man nur so ein Band hat, das haben wir auf der Rückseite, nix. Das ist schon mal sehr gut. Guck mal, ein bisschen längeres Spitzenband. Ich brauche etwas Längeres. Weil nämlich, dann könnte man das ja da hinten festkleben und dann so doppelt drum rumwickeln. Falls irgendjemand versteht, was ich meine. Das ist so, wenn man so ungeplant vor sich hin babbelt. Da kommt dann meistens so ein Käseball raus. So meine ich das. Wenn wir die jetzt gleich hier hinten drauf so festkleben. Und dann kann man die da so zweimal drum rumwickeln. So. Und so. Das ist mir zu breit und zu viel für dieses kleine Journal. Also muss ich die auch nochmal halbieren. Das hilft alles nix. Und wenn du dann solche Geschichten veranstaltest und du hast kilometerlang diese dünnen Spitzendinger hier über, legst du sie zur Seite. Die sind ganz wunderbar, um da später noch bimselbamsel rauszumachen. Passt jetzt nicht unbedingt zu diesem Journal hier, aber zu ganz vielen anderen passt es ja ganz toll. So. Und so. Und dann kann hier vorne die Schleife drauf. Das funktioniert auf jeden Fall. Von der Länge. Brauchen wir jetzt nicht zumachen. Wir sind ja noch, wir sind ja noch mitten im Gefecht. So. Dann kann man sie hier festkleben. Das klappert hier dauernd so, ne? Das sind die Spritz. Da steht die ganze Kiste mit diesen Spritzdingern rum. Weil ich nämlich eigentlich die Sehne hier noch ein bisschen beglitzern wollte. Und irgendwie wollte ich auch mit diesem Gesicht hier noch was veranstalten. Ich probiere jetzt was aus. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Im besten Falle sieht das gleich richtig cool aus. Und im schlimmsten Falle habe ich meine Sehne gleich versaut. Dann wisst ihr auf jeden Fall schon mal, dass ihr das gar nicht mehr ausprobieren möchtet. Ich wollte die so von den Augen her noch ein bisschen anders gestalten. Irgendwo muss hier Glossy Accents unterwegs sein. Ich habe das vorhin noch in der Hand gehabt. Da. Da ist es. Ich wollte die ein bisschen, ein bisschen noch irgendwie so intensivieren vom Blick her. Und darum nehme ich jetzt einfach einen schwarzen Stift und gehe da mal unten lang. Und verintensivieren das Make-up. Und die Pupillen ein bisschen größer. Ja, sie sieht schon gleich viel vampiriger aus. So. Seht ihr das? Der Blick wird schon viel intensiver. Und ich wollte gerne ein bisschen Glossy Accents da drauf geben. Damit die Pupillen dann, dann sehen die so nass aus. Huch, kommt auch gleich was raus. Jawohl. Ein kleines bisschen. Das muss jetzt trocknen und dann kriegt die gleich so ein richtig, weil die Augen dann feucht sind, dann kriegt die so einen richtigen gruseligen Blick. Und ich glaube, ein kleines bisschen was Glitzeriges auf die Schnute würde mir auch gefallen. Ich habe doch hier irgendwo noch vom Burlesque dieses Stickles-Gedöns rumliegen. Das gefällt mir. Das muss jetzt erstmal trocknen. Und wenn das schön getrocknet ist, dann machen wir gleich noch ein bisschen weiter. So, während das jetzt getrocknet ist und sie jetzt hier so einen richtig schönen, gruseligen Blick hat, so gefällt sie mir, habe ich da gerade noch Carpe Noctum drauf gestempelt. Das ist ja hier in unserem Spinnen-Stempel-Set von Roland dabei. Was hier irgendwo auf meinem Tisch rumfliegt, der klebte da noch drauf. Darum könnte ich den benutzen. Ich suche gerade das Spinnen-Set. Ich wollte es mal in die Kamera halten, für die, die das noch nicht kennen. Aber da habe ich ja wohl wieder mal vor lauter Unordnung überhaupt gar keine Chance. Das ist unglaublich. Ich müsste eigentlich mal mit der Kamera hier über diesen Tisch schwenken. Ihr würdet euch totlachen, wie das hier im Moment gerade aussieht. Ich mache im Moment mal wieder zehn Projekte gleichzeitig, weil ich ja für die Junk Journal Convention jetzt hier am Vorbereiten bin. Und es ist tatsächlich so, ich finde hier gar nichts mehr. Ja, soviel zum Thema ein Profi. Da ist zwar der Stempel, aber die Stempel fehlen alle, weil die fliegen hier alle irgendwo rum. Aber da ist das Carpe Noctum dabei. Und hier ist auch dieser schöne große Spinnen-Stempel, der hier irgendwo rumliegt. Da, da liegt er rum. Ich wollte nur beweisen, dass ich ihn habe. So, und das Carpe Noctum habe ich da drauf gestempelt, weil ich das sehr passend fand. Und habe mal eben schnell noch mit unseren Grusel-Elfen eine kleine Einsteckkarte gemacht. Und das habe ich mit goldenem Stempel auf schwarz gemacht. Das ist dieses Galaxy Gold von diese Brilliance-Stempel. Diese hier sind das. Memento Lux heißt er. Die gibt es auch bei uns im Online-Shop. Beziehungsweise haben wir ja auch diese kleinen hier. Also der ist jetzt nicht Gold, aber den gibt es. Der heißt in Gold, heißt der Galaxy Gold. Der hier irgendwo rumfliegt. Keine Chance, vergiss es. Ist ja auch total egal. Habe ich euch unten drunter sowieso natürlich verlinkt. Und fand das jetzt ganz lustig, mal mit Gold auf schwarz zu stempeln. Ist irgendwie edel und grusel gleichzeitig. Und auch da habe ich die Pupillen mit Konturliner. Ich habe schon lange nicht mehr das Wort Konturliner verwendet. Habe ich die mit schwarzem Konturliner so parat gemacht. Weil die hat sonst so, die hat so Glotzaugen von diesem Stempel. Das finde ich nicht so ganz so toll. Und deswegen wollte ich da irgendwie so einen kleinen Akzent drauf setzen. Ja. Also sieht das hier schon ein bisschen besser aus. Können wir hier innen ja auch noch ein bisschen gestalten. Wenn wir gerade schon so dabei sind. So nett. Könnte man da ja zum Beispiel mit so einem Spinnennetz. So. Da haben wir ein Spinnennetz. So ein bisschen in die Ecke stempeln. Das finde ich ganz gut. Und das ist eigentlich noch besser. Und du kannst dann dein Journal so individuell so viel oder so wenig aufrüschen, wie du halt gerade Lust hast. Aber ich finde es immer ganz nett, wenn man dann noch so ein paar Akzente so dazu setzt. Dann haben wir ja auch noch die Minispinne. Können wir da ja auch noch. Die kann dem ja gleich mal so ein bisschen in den Kragen krabbeln. Ist ein Vampir, dürfte den ja nicht großartig stören. So. Und hier ist dann noch Platz, um irgendwas Nettes hinzuschreiben. Dann haben wir hier ja schon die Pocket. Da würde dann diese Karte ganz wunderbar reinpassen. Oder der 1000 Euro Scheib. Haben wir ja schon besprochen. So. Und auch hier würde ich wahrscheinlich was Nettes draufstempeln. Der Rosenstempel. Der ist unterwegs. Da wurde ich jetzt schon tausendmal gefragt. Der kommt. Ich hoffe, dass der bis Ende der Woche da ist, dass wir den dann endlich im Verkauf haben. Wenn nicht, ist es halt nächste Woche. Da haben wir nicht so viel Einfluss drauf. Ich kann ihn ja immer nur bestellen. Weil die den dann liefern. Das weiß ich ja dann auch immer nicht. Aber der ist einfach zu schön. Und das ist so ein ganzes Set. Da sind also noch mehr andere Rosen dabei. Wenn es den gibt, schlampig gestempelt. Wenn es den gibt, sage ich Bescheid. Dann poste ich das auf Facebook oder so. Wird nicht besser. Okay, bevor wir es ganz versauen. Ich bin ja so ein Trottel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt ja diese Stempelhilfe. So zum Zuklatschen zum Stempeln. Das Ding ist ja irgendwie so überhaupt nicht, mein Freund. Ich kann überhaupt gar nicht sagen, warum. Aber wir beide, wir kommen nicht besonders gut zurecht. So. Wenn man sowas benutzt zum Stempeln, dann hat man ja gar kein Problem. Da genau nochmal drauf zu stempeln. Ich nehme dann einfach kurzerhand einen schwarzen Stift. Und fusche dann so ein bisschen. Fällt ja auch nicht weiter auf. Und schon ist es schön. So, dann kann man hier dann noch irgendwas Schönes hinschreiben. Ach so, da muss unten in diese Ecke auch noch was reingestempelt werden. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Dann hast du im Nullkommanix ein richtig süßes, kleines Journalchen gemacht. Zum Verschenken, zum Tauschen. Vielleicht, um es in eins von deinen größeren Journals zu stecken, weil da irgendwo noch eine Deko fehlt. Ich glaube, was auch super cool wäre, wäre das einfach auf eine Karte drauf zu kleben. Auf so eine große DIN A6 Karte in schwarz oder so. So eine, weißt du, so eine Tonpapierkarte. Postkartengröße. Dann so als Hintergrund irgendwie. Also da fallen mir jetzt gleich wieder tausend Sachen ein. Aber so lange wollten wir es ja nicht haben. Das Video, das sollte ja ein Quickie werden. Ich überlege gerade, ob es cool wäre, wenn wir da mit dem Spritz noch ein bisschen so ein Metallicschimmer drauflegen. Ich glaube schon. Lass mal sehen. Habe ich hier irgendein so ein Wollnuss-Stale oder so? Mit diesem hier. Der ist ja so ein bisschen... Mir fehlt da noch ein bisschen was. Das ist mir... Das passt mir noch nicht in den Kram. Das Ganze. Dann muss ich mal das Gesicht abdecken, weil die im Gesicht sollte ja keinen Glitzer haben. Aber so drumrum vielleicht. Mal gucken. Nur so ein bisschen. Und der macht ja zwar, der macht so einen Metallic-Hauch, so einen Schimmer, aber ohne irgendwie so... Wie soll ich denn das ausdrücken? Ohne so glitzerig kitschig zu werden, das Ganze. Ich muss das gleich wieder trocknen. Hier haben wir ein Tuch. Ein bisschen abtupfen. Das mache ich immer sehr gerne bei den Spritzen. Das ist mir immer zu viel Feuchtigkeit. Aber kann man gleich noch hier ein bisschen verteilen. Die sind mir immer zu nass. Man kriegt das gerade so ein... Das ist noch zu feucht. Man sieht es gar nicht. So einen ganz, ganz leichten Schimmer. Okay, es hilft alles nichts. Ich werde es föhnen müssen. Ja, das war eine gute Idee. Es glitzert nicht so wirklich, aber es hat so Patina bekommen. Das sieht so fleckig aus auf einmal. Kann man das... Ja, man sieht das schon. Das ist diese ganz leichten Flecken. Man sieht gar nicht, dass das so einen leichten Metallschimmer hat jetzt im Video. Aber der Effekt ist irre. Sieht also wirklich cool aus. Und ich denke, damit haben wir die Sine schon fertig. Drum rum gewickelt. Schleifchen drum. Und du hast das perfekte kleine Halloween-Geschenk. Ich glaube, ich müsste die Ohren hier noch so ein bisschen abschneiden. So ist es hübsch. Und dazu dann noch so ein kleiner Anhänger in eine hübsche Schachtel. Oder man könnte ihn auch direkt hier anhängen. Den gibt es auch in schwarzen. Ich nehme mal den schwarzen, weil der da gerade besser zu passt. Obwohl finde ich gar nicht. Rot ist auch nicht schlecht. Könnte man da einfach so mit dranhängen. Und schon hättest du das... Na, also bitte. Abby, was tust du? Die heißt Abby, diese Vampir-Tante. Habe ich euch das erzählt? Warum? Nee, ne, habe ich noch gar nicht erzählt. Zu der Zeit, als ich dieses Gesicht hier modelliert habe, da hatte ich in meiner Bastelwerkstatt noch einen Fernseher stehen. Inzwischen habe ich den da nicht mehr. Und da habe ich ganz viel Navy CIS geguckt. Die ganzen alten Folgen. Also damals waren die nicht alt. Das war, keine Ahnung. Da waren wir noch bei Staffel 12 oder irgend so was. Inzwischen war ich, glaube ich, bei 22. Und ich fand immer diese Forensikerin, die Abby Schute, so toll. Die hat mir so gut gefallen. Und die hat so ein bisschen Pate für meine Abby hier gestanden. Also zumindestens die Frisur, die erinnert schon so ein bisschen an sie. Ansonsten reichen meine Modellierkünste nicht aus. Aber sie hat auf jeden Fall Dracula-Zähne, die kleine Abby. Ja, das wäre dann also die Sine aus diesem einzigen Stück Papier mal eben so gefertigt. Eine Sache von, was, 20 Minuten, halbe Stunde. Länger brauchst du dazu nicht. Und auch wieder eine perfekte Sache, gerade jetzt, wenn die Weihnachtszeit kommt, wenn man mal eben schnell noch was gestalten möchte. Da sind solche Sachen einfach wunder, wunderbar. Ich hoffe, dir hat das gefallen. Wenn dem so ist, hinterlass mir sehr gerne ein Like. Hinterlass mir gerne ein Abo, falls du das noch nicht getan hast und dir mein Kanal gefällt und du regelmäßig hier zu Besuch bist. Ich kämpfe ja mich immer noch auf die 9000 zu. In Babyschritten kommen wir da hin. Aber das müssen wir dieses Jahr noch schaffen. Und du kannst mir dabei helfen. Da wäre ich dir super, super dankbar. Kannst du mich mit unterstützen. Ja, schreib mir mal einen Kommentar. Und wenn du Sines magst, wenn das also dieser eine Bogen für dich eine coole Sache ist, und denkst du, da könnte ich noch viel mehr zu viel mehr Themen gebrauchen, kannst du mir gerne einen Vorschlag machen. Was für Sines, was für ein Blatt für so ein Mini-Journal hättest du denn gerne? An was sollten wir uns denn dann, ich sammle schon fürs nächste Jahr Ideen, an was sollten wir uns denn mal ranwagen? Ja, würde ich mich freuen, wenn du mir das unten in den Kommentar schreibst. Und jetzt hoffe ich, dass du ganz viel Zeit und Ideen hast, an deinen Basteltisch zu gehen und dich glücklich zu basteln. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen Dank.